Musik Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend meine Damen und Herren. Willkommen zur Abiturfeier. Dramatische Szenen spielen sich momentan im Kreis Heinsberg ab. Einige verrückte Lehrer spielen auf einem Feld nahe Heinsberg Minesweeper nach. Wir zeigen Ihnen nun die ersten Bilder des Geschehens, getreu dem Motto Nettmulle Wörke. Dies ist Heinsberg. Heinsberg ist bekannt durch die Heinsberger Times. In diesem Fünf-Seelen-Dorf nahe der holländischen Grenze spielen sich die aktuellen Geschehnisse ab. Dies ist die Funkstation, von der aus die Panzer kommandiert werden. Wir zeigen Ihnen nun die ersten Bilder, wie die Panzer anrücken. Walter, Sie Idiot, wo fahren wir überhaupt hin? Ich war schon locker. Verreißen Sie, fahren wir weiter. Walter, reden Sie nicht so ein Bus auf Deutsch. Ich kann die Quintessenz Ihres Gesagten akustisch nicht wahrnehmen. Warten Sie, ich mache mein Hörgerät an. So. Können Sie mich jetzt verstehen? Au, Hure, gucken Sie doch mal auf die Karte, Walter. Hä, wir sind hier. Ich weiß nicht, wo wir hin müssen. Walter, funken Sie doch mal die Station an. Derweil in der Funkstation. Dies ist der Arbeitsplatz von den Funkern Helmut Stichel und Bernd Stickelmann. Well, wo sind die Schweinepriester überhaupt? Na, muss bekannt sein, wo die sind. Klar, kennen wir doch. Klar, kennen wir. Wo denn? Muss bekannt sein. Klar, dramatisches Wo-Wend. Klar, Türkei, kennen wir. Hä, scheiß der Hund drauf. Roster-Station. Herr Roster ist für alle da. Was willst du, Schweinehund? Hä, ich weiß nicht, wo wir sind. In der Station. Wir schließen bitte das Fenster. Das Fenster. Ich kann Sie akustisch nicht verstehen. Wir schließen bitte das Fenster. Shut your cake, go. Pass auf, Schweinebacke. Da bist du, da musst du hin. Sie Idiot, jetzt wissen wir, wo wir hin müssen. Okay, funken Sie mir. Und sie fuhren in einer Kolonne Richtung Ziel. Idiot, was haben Sie schon wieder gemacht? Hä, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Sie fuhren und fuhren und fuhren. Sie fuhren über den Times Square, über das Brandenburger Tor, bis zu ihrem Ausgangspunkt zurück. Au, hu, hier waren wir doch schon mal weiter. Das kann ich, ich hoffe, ich kann gucken. Vertraue Sie mir. Fahr Sie mal wieder her. Folg Sie mir. Und so fuhren Sie immer weiter über den Roten Platz und im Kreis. Heinsberg. Ha, ha, ha. Was wollen Sie denn überhaupt? Ich bin Gott. Sie sind nicht drin, stimmt denn. Sie sind täglich. Wie dem auch sei, Sie waren an Ihrem Start alt angekommen und suchten das Ziel neu. Wenn Sie es nicht finden, benötige ich eine Unterschrift mit Kenntnisnahme der Eltern. Wo sind Sie, Walter? Ich finde Sie nicht. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Fangen Sie mal eine Anweisung. Ich kann Sie akustisch zwar nicht verstehen, aber ich versuche zu tun, was Sie sagen. Fangen Sie einfach gerade aus. Wissen Sie überhaupt, wo Sie mich hinführen, Walter? Sie müssen auf Gott vertrauen. Sie müssen den Weg historisch-kritisch deuten. Sie müssen logisch denken. Sie können die Bibel auch nicht für bare Münze nehmen. Was ist logisch? Das kommt von Griechisch Logos. Ich spreche das so aus, Idiot. Ich gucke doch mal auf die Karte. Blablabla, 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 blablabla. Sie müssen nicht weiter. Okay, aber schließen Sie bitte das Fenster. Das Fenster. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.